Servus Freunde des Ballsports. Niro Sané, der ist in den letzten Wochen weniger durch sportliche Superleistungen aufgefallen, sondern eher durch Undiszipliniertheiten wie dem Ständigen zu spät kommen. Auch letzte Woche vor dem Gladbach-Spiel soll es wieder so ein Ding gegeben haben. Er soll wohl so spät gewesen sein, dass der Mannschaftsbus bereits losgefahren war. Das hat zumindest die BILD berichtet und Trainer Julian Nagelsmann hat das Ganze mittlerweile bestätigt, dass er dann privat nachgefahren wurde. Und jetzt kündigt er eben erste Konsequenzen zu dem Verhalten von Niro Sané an. Alles dazu hier heute in diesem Video. Fragt jemand die Info? Lasst dir gerne einen Abo da, um nichts über die Bundesliga und auch natürlich über den FC Bayern München zu verpassen. Und ca. 20% meiner Zuschauer mich abonniert, deswegen gerne ein Abo dalassen. Aber jetzt zurück zum Thema. Ja, der FC Hollywood ist zurück. Das könnte man zumindest so ein bisschen meinen, was in den letzten Wochen und Monaten da so vorgefallen ist. Und so richtig Ruhe kehrt da jetzt aber auch nicht ein. Bei Niro Sané ist es ja so, sportlich kann er in den letzten Spielen wirklich nicht so richtig überzeugen. Deswegen hat er auch gegen Borussia Mönchengladbach nur auf der Bank gesessen. Und auch das Verhalten von Niro Sané, wohl halt abseits des Platzes, ist ja wie am Anfang schon so ein bisschen angeklungen, aktuell nicht so das Beste. Aber Julian Nagelsmann, der versicherte, dass solches Verhalten absolut keine Auswirkungen auf das Sportliche hat. Denn da geht Julian Nagelsmann wirklich immer nur rein um das Sportliche und was das Beste für die Mannschaft ist. Egal wie sich ein Spieler eben verhält. Ja, aber dennoch hat er da jetzt etwas angesagt, eine Ansage gemacht. Denn er sagte, man wird das auf jeden Fall jetzt in den kommenden Tagen das Ganze intern besprechen. Und dann eben schauen, dass das Ganze auch nicht mehr so vorkommt. Denn es soll eben so sein, dass Julian Nagelsmann wohl relativ gelassen sein soll, was Unpünktlichkeit von Niro Sané angeht. Aber die Verantwortlichen an der Isar, die Bayern-Bosse, ja die sehen das alles nicht so entspannt. Und man muss auch sagen, Niro Sané, der stand ja in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen im Fokus, weil er durch seine Körpersprache einfach so ein bisschen, ich sage mal, Unruhe gebracht hat oder einfach so ein negatives Bild gebracht hat, dass er gar keinen Bock so richtig auf den Platz, auf das Spiel hat. Aber das ist eben Niro Sané seine Art. Und damit müssen natürlich auch alle soweit klarkommen, auch dass er die Tore nicht so richtig feiert, nicht so richtig jubelt. Das ist eben einfach seine Art und da muss man eben einem Spieler auch seinen Freiraum lassen. So zumindest meine Meinung. Aber die Fans, die sehen das teilweise ein bisschen anders. Da sieht es eher so aus, dass sie eine Strafe fordern. Da sieht es eher so aus, dass man ihn mal einfach mal auf die Bank setzen sollte und nichts passieren sollte. Denn man muss es auch einfach mal so sehen, dass es ein ganz normales Arbeitsverhältnis ist, was Liro Sané zum FC Bayern München hat. Und da dann ständig zu spät kommen und Undisziplineteiten an den Tag legen. Ja, das ist nichts, worüber man eigentlich sich Gedanken machen sollte bei einem Spieler, der keine Ahnung wie viele Millionen pro Jahr verdient. Und da kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass natürlich die Fans und auch die Verantwortlichen jetzt wirklich das Verhalten von Liro Sané nicht so wirklich gut finden. Aber ich bin mal gespannt, wie sie sich dann morgen gegen Union Berlin schlagen werden. Ob Sané von Anfang an spielt, das ist ja aktuell auch noch ein Fragezeichen dahinter. Thomas Müller wird wohl spielen. Ich bin gespannt, was haltet ihr aktuell von der Form? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.